Ohoi da, was geht ab, Leute? Mal wieder auf dem POGO Kanal. Ich füttere mal schnell meinen Turkey Kiss. Es ist wieder ein neues Event gestartet. Umweltwoche, glaube ich, mit Quest Spezialforschung, heißt es so? Die rechte Seite. Sorry Leute, ich kenne die Begriffe nicht mehr. Und ganz irgendeine Seite gibt es auch was. Offensichtlich haben wir schon angefangen, einfach dadurch, dass ich das Spiel angemacht habe, sind irgendwie schon zwei Kilometer automatisch dazugekommen. Verwendete fünf Beeren beim Fangen von Pokémon, das ist die Umweltwoche 1 und 4. Kein Problem. Dann irgendwie Fotos machen vom Buddy habe ich schon gemacht und Buddy füttern habe ich auch gemacht. Also muss ich jetzt noch vier Beeren verwenden. Und es gibt diese Mülltüte. Mülltüte gibt, glaube ich, mehr Staub. So, jetzt nur noch drei Beeren. Ganz rechte Seite war irgendwie zwei Kilometer gehen. Auch Schnappschüsse machen. Und irgendwas anderes, was weiß ich. Ah, sieben Stops oder so drehen. Kirsche. Kriegt auch mal eine Beere. Mir egal. Belohnung abholen. Erste Seite. Ein mysteriöses Teil bekommen. Und gibt es da am Ende Ding. Ähm, Giovanni Ding. Krypto. Mach vier Schnappschüsse von Pokémon. Pflanzen Pokémon im Freien. Mach neun Schnappschüsse von Pokémon im Freien. Also einfach neun. Mach zwei Schnappschüsse. Achso, von Flug-Pokémon. Gibt es eine Flug-Pflanzen-Pokémon, was ich gleichzeitig schnappschüssen kann? Und Bärnähe. Okay. So, was gibt es eigentlich bei diesem Event? Wollt ihr meine Meinung? Äh, eine Woche. Okay. Es gibt diesen Pflanzen-Igel da. Der mysteriöse. Den habe ich sogar schon. Ich weiß nicht, wie oft man den bisher fangen konnte. Und es gibt verschiedene Formen. Ich habe keinen Plan, welche Formen ich habe. Aber ich habe den auf jeden Fall schon einmal mindestens. Dieses neue sexy Pflanzen-Pokémon ist da. Habe ich noch nicht gefangen. Boni, Buddy-Pokémon will bring souvenirs more frequently. Juckt das irgendjemanden, dass er ein Buddy-Pokémon-Souvenirs bringt? Sammelt das irgendjemand in diesem Spiel? Kollege Olschers ist, glaube ich, da. Oh, hey, yo, hey, yo, hey, yo. Hast du was gegessen, oder? Äh, Mittag. Also, wir können schon wieder was verteilen. Ich habe für dich ein bisschen Schaff geholt. Ich denke, du magst Schaff. Ich esse nicht so gerne Schaff. Für dich nicht, oder was? Doch, ich esse nicht so gerne Schaff. So, erstmal ein Döner. Dann wird so ein bisschen Handy. Wer ist das auf Englisch? Handy-Man oder so? Repair-Man? Irgendwas in der Richtung, aber ich weiß nicht genau. Bisschen mehr. Sollte man nicht so oft nutzen, das ist ein bisschen umweltschädlich. Und ein bisschen ätzend. Also wortwörtlich ätzend. Wenn man so überläuft oder so, versuch's mal zuerst mit dem. Und wenn das nicht so gut läuft, nimmst du dir auf jeden Fall noch sowas. Kaugte sowas kann man immer benötigen. Von Plumpa. Also, äh, es gibt zwei verschiedene. Das ist für Dings gedacht. Für so, ähm. Spülen? Spülen. Spülen Dings-Bereiche und so weiter. Toilette nicht, weil die sind nicht gedacht für die Toilette. Die für die Toilette haben dann meistens so ne, so ne runde Dings. Das ist so extra angepasst. Mit so einem Loch da, so ein bisschen ründlich. Deswegen, das immer bitte nur für, äh, Badewanne oder Dings halt. Also, in der Richtung. Genau. Wir schauen jetzt dann mal. Wir können dann später noch ein paar Mal pumpen. Ja. Aber, wir warten jetzt so 15 Minuten ab, bis 30 Minuten. Ich denk, bis dahin wird's mal da richtig durchsickern und sauber werden. Okay. Wir machen's so nicht mehr haben jetzt. Okay. Man denkt sich aber, wird das nicht klappen, weil... Nee, da ist kein Platz für den Dings. Okay. Wir waschen. Wir nutzen aber vielleicht so ein Hägchen extra, noch extra eine schwarze. Ja, das kann man machen, ja. So, wir wurden unterbrochen. Der Kollege hat hier ein paar Sachen repariert. Kurz geht raus. Mehr zu ihm auf dem Blog-Kanal und dem TCG-Kanal. Äh, wir waren stehen geblieben bei dem Boni. Ultrabuddy. Pokémon will bring Souvenirs. Digga, wen juckt das, wer sammelt das? Buddy-Pokémon will bring more gifts. Okay. Buddy-Pokémon will accompany you on the map longer. Digga, wen juckt das? Halbe Distanz to earn hearts with your Buddy-Pokémon. Äh, für die Leute, die die Medaille auf Platin bringen wollen, wahrscheinlich ganz hilfreich vielleicht. Äh, sieben Kilometer, ja, brüte ich persönlich nicht. Da gibt's halt den neuen. Und dieser Maulwurf ist halt, äh, neu in Shiny am Start. Kostüme. Quests, juckt mich jetzt nicht, paar Quests für den Maulwurf. Ja. Naja. Äh, Quests technisch. Umweltwoche erledigt. Maulwurf bekommen. Gotomo heißt der. Nicht Shiny. Alles klar. Lohnung abholen. Ja, ja, ja. Wende sieben beim Fang von Pokémon. Also, Seite 2 ist das. Machbar. Verdiene 5 Herz mit deinem Kumpel. Machbar. Spiel mit deinem Kumpel. Machbar. Spezial muss ich noch, äh, zwei Schnappschüsse mit einem Flug-Pokémon fangen. Oder machen im Freien. Und dieser Palunga, Papunga, ist Flug. Yes. Flugpflanze. Ah, Flugpflanze, den hab ich gebraucht gehabt. Ich hab ja gefragt, gibt's eine Flugpflanze, wo ich gleichzeitig alles machen kann? Ah, ja. Okay. Rocketradar erhalten. Nicht schlecht. Ich verwende 22 Power-Ups. Okay. Ich schau mal, ob ich irgendwas habe. Ich power up mal einmal den hier. Weil mehr Bomben muss, hab ich nicht. Ah, den hab ich neu letztens gefangen. Check das letzte Video ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig. Äh, über Level 40 schon die XL-Candies. Aber ich hab zum Glück genug. 22 Power-Ups. Perfekt. Ich mach ja keine Maxe und mach nichts mehr. Sternenstücke, äh, Premium-Kampf-Pass. Ich weiß, es gibt immer noch die Kontroverse mit dem Raiden. Fange vier Pokémon vom Typ Pflanze, machbar. Fange neun Pokémon, machbar. Fange zwei vom Typ Flug, auch machbar. Wir sehen uns. So. Vier von sieben ist es schon. Und zwei von vier. Umweltwoche. Fünf Tage hätten wir noch Zeit. Wieder Mülltüte als, äh, Belohnung. Diese, äh, dieses neue Pokémon. Hehehehe. Die Zahl der Forschung abgeschlossen, oder was? Ne. Drei von vier. Verwende neun Bären beim Fang von Pokémon. Verdiene zwei Bonbons durch Erkunden mit deinem Kumpel. Verwende einen Rauch. So. Oida. Oida. Die Zahl der Forschung abgeschlossen. Zwei Golden Himi Bären. Und, was steht da? Schüsse vier Feldforschungsaufgaben ab. Machbar. Verdiene neun Herz mit deinem Kumpel. Machbar. Brüte zwei her. Leidend. Vor allem, ich habe einen unendlichen Inkubator nur. Und. Glaub ein Zweiwei drin. Leidend. Und zwei Bonbons, oder? Auch leidend, Digga. Wir sehen uns heute Abend, morgen, irgendwann, wenn nicht viel gegangen bin. So, setzen wir uns mal kurz in den Schatten, damit ihr besser sehen könnt. Wir sind ja im Englischen Garten. Hilton Hotel. Ich gehe jetzt zu Le Petit Chef. Habe ich einer Freundin zum Geburtstag geschenkt. Ich bin durch den Englischen Garten. Ich brauche noch ernst viele Kilometer. Ich brauche noch zwei Kilometer oder so für verdiene zwei Bonbons durch das Erkunden mit einem Kumpel. Ja, ich weiß, ich könnte auf einen Kilometer switchen. Aber ich muss eh noch mehr Kilometer gehen. Deswegen ist es egal. Weil ich muss noch zwei Eier ausbüten. Und ich habe immer noch, äh, mein zwölfer Kilometer Ei drin. Das braucht noch 2,5. Das ist richtig leidend, Mann. Auf jeden Fall, Englischer Garten ist ein Geronimates Nest. Wo ich aufgehört habe, war der Ent selten. Irgendwie so PvP-Belohnung. Und mittlerweile ist es einfach ein fucking Nest-Pokemon, oder was? Und vorher im Englischen Garten ein super saftiges Nest. Mein Gott. Da sind bestimmt ein paar Hunderter gekommen. So, ich habe es endlich geschafft. Es kann weitergehen. Unterweltwoche 3 von 4. Belohnung abholen. Es ist ein Slimer. Mach mal schnell. Es ist mittlerweile übrigens Sonntag. Heute ist Quest Day. Den Quest Day habt ihr wahrscheinlich davor schon gesehen, weil... Äh, ich weiß nicht, wie lange ich dafür hier noch brauche. Belohnung abholen. Spezialforschung abgeschlossen. Verwende 5 Bären beim Empfang von Pokémon. Machbar. Verwende... Verdiene 3, warum musst du ja? Durcherkunden mit deinem Kumpel. Erhalte ein Souvenir von deinem Kumpel. Oh Gott, ey. So ein Scheiß, Mann. Pflanze und Dankbarkeit 5 von 7. Abholen, abholen, abholen. Das Leidendste war einfach 2 Eierbrüten. 2,5. 2 silberne Sananabeeren. Blablabla. Da haben wir 22 verschiedene Arten von Pokémon. Ist machbar. Na, verdiene weiter. Oh Gott, ey. Der Cressy hat bereits angefangen. Wir kommen vom Gym vom Lack Day. Haben die Aufgaben noch nicht komplett fertig, aber... ein paar Sachen. Pflanze und Dankbarkeit. 6 von 7. 22 verschiedene Pokémon oder so. Ein Glücksei. Und... Der Igel. Ohhhh. Schön. Nice. Sehr nice. Leidend, aber nice. Krass. Das Krasse ist die kleine Aufgabe, die linke ist viel leidender als die. Einmal ausgebrochen. Zweimal... Ausgebrochen. Kommen. Und Nummer 3. Lande einen Großartigen. Ich hab einen Großartigen gelandet. Ohne Kreis. Ich hab den Kreis nicht mal gesehen, Digga. Und ich lande einen Großartigen. Junge. Ja, schade. Man konnte keine Berge werfen. Aber konnte man das? Ich glaub nicht. Ich hab nicht drauf geachtet. Ja, mein zweiter. Ivy. Schrecklich. Und was gibt's sonst noch? Bonbons und so wahrscheinlich. Sticker. EP. 25 Bonbons. Rauch. Genau. Abgeschlossen. Aber... Umweltwoche. Das linke. Immer noch nicht. Ich brauch noch einen Bonbon, was kein Problem ist. Aber... Ich brauch auch... Aber ich brauch auch ein Souvenir. Na ja. Ich geh jetzt um... Eine Runde-Queste. Ein bisschen was. Tag 5. Wir haben es endlich geschafft. Also... Echt. Richtig leidend. Es war einfach zu viel gehen. Zu viele Kilometer sammeln. Mein Gott ey. Also die... Spezialforschung... Haben wir nach Tag 4 geschafft. Und uns... Schämen geholt. Moment. Das schluckt gleich. Nein. Und die andere hätten wir... Gestern auch schaffen können. Auch 4 Tage. Aber... Ich hab noch ein Souvenir gebraucht. Von einem Kumpel. Und... Es kam nicht. Und das ist dann endlich gekommen. Und... Das machen wir jetzt. Fertig. Und... Umweltwoche. In 2 Tagen. Wär es vorbei gewesen. Toll. Diese Kirsche. Okay. Es ist keine Kirsche. Aber... Ich nenne es eine Kirsche. Belohnung abholen. Geschafft. Uh. Mein Gott war das leidend. Okay. Huh. So. Ja. Das war's von mir Leute. Und... Wie hieß das? Warte ganz unten, oder? Umweltwoche. Pflanzen und Dankbarkeit hieß es. Das war's von mir Leute. Wird mal liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Vergesst nicht. Pokemon Go is your business. und man instro zu sein undernisieren. sex Unoipp Jesus. Das ist wie eine Sprache. Mehr Informationen zu dir. Oh, die Ar, was ich sehe ich hier mit,